Okay, sind wir live. Hallo, willkommen bei barrierefrei1.de. Wir sind in Düsseldorf. Rehacare 2024 beginnt in Kürze. Erstmal, hallo Gabi. Hallo. Olli. Gabi, vom 25. bis 28. September ist die Messe und der Messebau ist noch voll im Aufgang. Und wir sind aber, glaube ich, fast fertig. Der Checky macht es in den letzten Zügen. Nino filmt uns sogar schon. Firma Stadelmeier hat uns wieder einen tollen Stand gebaut und da freuen wir uns riesig, in diesen vier Tagen euch hier am Stand B19, Halle 4, B19 begrüßen zu dürfen. Ganz wichtig, ja. B19, Halle 4. Und wer es nicht schafft, hierher zu kommen auf die Messe, ist sehr, sehr gerne eingeladen, nach Kirchheim-Unterteck zu kommen. Da machen wir natürlich auch super Probefahrten. Und hier haben wir eine kleine Teststrecke wieder aufgebaut und da freuen wir uns natürlich riesig. Darum mal vielen Dank an die Firma Stadelmeier, die jedes Mal den Stand hier aufbaut. Vielen Dank an Checky, der jedes Mal dabei ist. Bis bald. Wir freuen uns die nächsten Tage hier in Düsseldorf, Halle 4, B19. Der Willi, Gabi und ich und das Host-Team begrüßen euch hier die nächsten vier Tage. Ciao. 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 Ciao.